Und warum hat es dann eine Wirklichkeit sich aufzeigen, machen lassen oder wenigstens ein Wirklichkeitsgefühl, das kurzzeitig wirklich, wirklich und wirksam erscheint, um so dann sofort wieder so verunwirklich zu werden und aus dem Bewusstsein entrückt, dass nicht mal mehr bemerkt wird, dass nicht mehr bemerkt wird, dass man gar nicht mehr in dieser Existenz, in dieser Wirklichkeit steckt, außer man wird von ein paar warmen Winden hindurchgeschüttelt oder kalten oder anderen sich bemerkbar machenden Sensationen von außerhalb oder innehalten.